Hallöchen und das sind wir wieder bei Let's Play Minecraft Together. Servus Gemeinde. Doch doch. Da sind wir wieder. Und gehen wir wieder. Ich gebe mich mal an. Immer kommen wir immer wieder. Ihr werdet uns nicht los. Nein. In dieser Folge haben wir uns was Spezielles vorgenommen. Was? Wie? Weiß ich gar nicht von. Wir haben gesagt, wir starten mal ein größeres Projekt. Und dafür brauchen wir natürlich noch ein paar Sachen. Genau. Das Projekt bleibt aber noch geheim. In dieser Folge müssen wir noch ein paar Sachen craften. Und erst in der nächsten Folge geht es dann genauer darum. Da geht es richtig los. Genau. Richtig. So volle Kanne. Also es hat einiges mit Redbar zu tun. Ja. Ja. Deswegen craften wir jetzt ein paar Redbar-Sachen. Genau. Ich fang grad mal an. Mit. 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 Kracken. Musst du raus. Genau. Ja. Ja. Ich mach mal Solarzellen. Für Redbar-Strum. So. Okay. Ich mach die. Ach. Ich hab's sogar schon hier. Die. Siehst du das? Da wo ich mach? Das wo ich eben nachgesucht hatte. Perfekt. Gut. Ja. Äh. Ja. Genau. Ähm. Ja. Irgendwo hatten wir doch. Aber glaube ich doch nicht. Äh. Ja. Ja. Okay. So viel brauchen wir nicht. Solite. Silikon. Haben wir das nebens? Ne. Wir nehmen's hier gerade. Wir müssen hier die einzelnen Dinger nehmen. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Halbes Text ist die kleinste. Die kleinstmögliche. Anzahl. Anzahl, die ich nehme. Und unter diesem gebe ich mich nicht zufrieden. Ne. Du doch nicht. Du doch nicht. Wenn du ein Stück Brot bekommst, ey. Nein. Ich gebe mich dem nicht zufrieden. Sagen sie alle. Ey. Die scheiß Spinnen draußen nicht mehr auf den Sack. Und die. Die Schafe. Die Schafe geben mir auch mal volles Programm auf den Geist, ey. Ey. Da muss ich jetzt hin. Ah. Mach doch. Ich bin schon fertig. Okay. Dann haben wir eh schon. Ach. Siehst du. Ich hab dem nämlich schon vorgearbeitet. Ich hab vorgearbeitet. Ja. Du bist ein Furz piepener Hose, du. Ah. Ich muss trotzdem runter. Hilfe. Hilfe. Mami. Äh. Fluid people. Brass Ingo. Immer noch Brass. 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 Ich hab voll den Brass. Ich bin voll der Brass, Alter. Ich. 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 Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Aber ich. Ich spiel jetzt. Ich spiel auch in einer Band. Ich spiel den E-Brass. 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 Dich im Blue-Brass. E-Brass. 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 Für. Ja. Da hab ich ja zwei Fliegen mit einer Klampe geschlagen. Ja. Aber bei dieser goldene Scherbe musst du aufpassen. Die brauchst du nur einmal Craft, ne? Die was? Diese goldene Scherbe da. Weiß nicht wie die genau. Diamantscherbe heißt das. Nicht goldene. Sorry. Achso. Die meinst du. Die brauchst du nur einmal für diese Mission. Diamond Draw Blade. Ahja. Genau. Die nur einmal Craft. Aufpassen. Was mach ich die denn? Ähm. Mit einer Diamond Henzo. Diamond Henzo. Die haben wir Diamond Henzo. Hier ist eine Diamant Henzo. Genau. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Diamant. Diamant. Ich brauch ein bisschen. Ich brauch ein bisschen. Ich brauch ein bisschen. Diamant. Ach. Ich hab. Weil so. Es ist wieder so geiles Wetter. Ich hab wieder nichts. Gute Laune. Gute Laune. Das. Kann ich mir vorstellen. Äh. Du hast eine Diamantziegel. Wieso kann ich denn hier keinen verdammten Diamantblock machen? Den musst neun Stücke in den Kompressor schmeißen. Ach. Das ist ja alles Crack-Tech. Alles Crack-Tech. Alles Crack-Tech. Alles für den Eimer. Die ganze Welt ist verkreck-Tech. Verkreck-Tech. Das ist ja. Das ist ja. Überall hier. Kompressor. Und Po. Piepa. Po. Weiß der Geier. Na. Ich schmeiß dir mal deine Items an unten. Hat das Dreck. Schrecklich. So. Jetzt haben wir einen Diablock. Äh. Die. 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 Die kannst du nicht kriegen jetzt. Ja damit. Warte ganz kurz. Kann mal ganz kurz hier gucken. Was brauche ich denn? Ein Diamond Panel. Da haben wir sie schon. Die liegt hier drin. Ey. Hey. Du mich Arsch. Du mich Wolle. Danke. Das genügt. So. So. Haben wir schon mal diese. Machen wir jetzt die Draw Blade. Iron. Boah. Ah. Cool. Haben wir da noch. Block of Iron. Muss ich den etwa auch im. Ja. Komm. Alle Blöcke. Blöcke. Ja. Die Blöcke muss jetzt alle in Composer machen. Warte doch. Kannst du gerade noch was reinstecken. Dafür kannst du aber jetzt auch Nikolai Blöcke machen und sowas. Toll. Platz sparend. Resort. Achja. Projekt. Das wird wunderschön. Leute. Ich hoffe. Ich hoffe. Das wird echt so geil wie wir uns das vorstellen. Das wird geil. Wir wirst schon sehen. Das ist High End. Das ist High End. High End. High End. Highly End. Du musst dir denken wir. Ja wie lange planen wir das denn schon. So und halt. Keine Ahnung wie viele Tage. Sind wir danach schon dran. Wir haben natürlich schon einiges vorbereitet dafür. Also so ist es noch nicht. Der Raum und so weiter steht schon alles. Ja. Denn das musste man auch. Man musste ein gewisses. Ein gewisses Stück mussten wir da einfach vorbereiten. Weil. Sonst wäre das einfach. Pfff. Gott. Das hätte. Ewig gedauert dann. Wir haben uns. Hat ja so schon ewig gedauert. Ja eigentlich schon. Allein die ganze Planung. Ah. Der oder der. Der oder der. Links oder rechts. Kräfte. Genau. Kann ich ja gleich erwähnen. Mit dieser. Was ich da bauen wollte. Ist mir auch noch die Idee gekommen. Dass ich. Jetzt. Computercraft Tutorial machen werde. Für unsere nichts nütze Anfänger da. So. Wie mich zum Beispiel. Genau. Ich bin nämlich auch ein sehr. Sehr sehr unerfahrener Computer. Computer. Kräfte Spezialist. Genau. Ich habe da echt überhaupt keine Ahnung von. Und. Wir haben da eben so ein bisschen drüber geredet. Und. Ich habe ihn halt auch gefragt. Ja. Kannst du. Kannst du es mir beibringen. Oder. Weil ich möchte ja in meinem Let's Play auch zeigen. Ja. Blöd. Wenn. Wenn. Wenn wir jetzt irgendwas machen. Was. Was damit zu tun hat. Und. Ich sage immer. Adcrafter. Hier. Programm. Schreib du mal. Oder Adcrafter. Hier ist irgendein Fehler. Mach du mal. Deswegen habe ich ihn gefragt. Ob er es mir eben auch zeigen kann. Und dann hat er sich die gute Nachricht überlegt. Der gute Mann. Genau. Der gute Mann. Also jeder der keine Ahnung hat von Computercraft. Also. Es ist wirklich für pure Anfänger die keine Ahnung haben. Für Leute die sie eh auskennen ist das uninteressant. Die können dann auch mitmachen. Ich werde da einen Beitrag im Forum schreiben. Für nähere Details. Wie und was und warum und weshalb. Und wo. Ihr braucht euch da auch nicht zu schämen. Irgendwie. Wenn ihr Anfänger seid. Weil. Ich bin auch. Absoluter Anfänger. Und wirklich. Hundertprozentiger Anfänger. Ich bin auch Anfänger. Ich kenne mich. Äh ich. Nö. Nö. Du weißt nicht mal wie mein Computer einschaltet. Ja doch das schon. Also jetzt. Also bitte. Ja einfach hinstellen drauf drücken. Genau stimmt. Ich kenne mich da auch überhaupt nicht. So die Pumpe ist fertig by the way. Ähm. 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 Ich kenne mich da auch überhaupt nicht aus. Aber ich finde es cool. Ich finde es cool. Ich muss jetzt als erstes mal hier rausgehen und diese Spinnen umbringen. Die gehen mir so auf den Sack. Die gehen mir so auf den Sack. Mann. Am liebsten würde ich unsere Schafe auch gerade mit umbringen. Und die gehen mir nämlich auch voll auf den Geist ey. Boah. Da haben wir gedacht eben. Ein schönes Tutorial Reihenfolge machen. So wirklich von Anfang an alles. Ich kenne mir von Anfang an am Arsch. Ich will alles wissen. Von A bis Z. Ja. So was macht der hier. Nix. Warum macht der nix. Weil. So was brauchen wir denn noch dafür. Voll drücken das direkt. Bröttinger haben wir. Grate. 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 Wie heißt das Ding denn? Grate. 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 So ein Käfig. Grate. Grate. Wie viel mach ich denn davon? Mach ich zwei? Zwei. Schattig. Ist am einfachsten. Mann ob das wirklich so funktioniert wie ich mir vorstelle weiß ich noch nicht. Aber ich denke man. Ich habe es noch nicht getestet. Legen wir mal hier rein. Red Power ist auch ein ziemlich geiler Mod. sehr 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 wenig genutzt. Weil wenige Leute sich damit auskennen. Unter anderem ich. Ich gebe das auch gerne offen zu. Ich bin in den Mods noch nicht ganz so versiert wie unser guter Adcrafter. Da merkt man da liegt einer wenige Wicke Seiten. Ne das nicht. Da kannst du mir ja nicht sagen dass ich mich nicht weiterbildiere. Sonst gibt es gerade hier eine Schelle mit dem Schwert hier. Ja wo glaubst du ich Red Power gelernt habe. Glück dass du keinen Schaden kriegst hier. Sonst verbügel ich dich mit meinem Schwert. Du kriegst hier noch so ein Tick 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 Tick. Was denkst du wie ich Lua gelernt habe? Auch alles. Selbst. Wäre auch keiner beigebracht. Ja klar. Irgendwie muss man ja mal anfangen damit. Ja. Ich hatte ja den Vorteil dass ich eben vorher für Landwirtschaftsimulator Mod programmiert habe. Da hatte ich schon ziemlich viel. Ja habe ich aber auch lernen müssen. Ist ja scheiß egal für welche Spiel man das lernt. Wofür ist es im Endeffekt wirklich egal. Eigentlich schon ja. Ja. Also ich habe jetzt die Pumpe fertig. Die Grade und die Fluid Pipes habe ich fertig. So. Wenn du nichts zu tun hast. Ich hätte noch einen Aquarius Akkumulator. Und Batterie Box. Nee. Ja. Ähm. Tank brauchen wir da auch. Genau. Tank brauchen wir auch noch. Tank. Warte mal. Tank. Tank. Hm. Ja wir machen aber wenn dann schon einen richtigen Tank oder? Aber einen Tank. So einen richtigen. Boah. Iron Tank. Aber vergiss nicht wir brauchen auch die ganzen Dinger da. Die Boys oder wie die heißen. Um Flüchtigkeit rauszubekommen. Beziehungsweise. Ralf. Ja ja klar. Keine Ahnung. Reichen noch drei Stück. Ja. Bin zwei auch rein. Oh. Iron Blade. Rolling Machine. Ah. Iron. Iron. So. Das sind doch mal hier. Drei Stacks. Das sind doch mal hier Zahlen. Womit ich was anfangen kann. Ja ja ja. Nur einmal. Drei Stück. Nur einmal. Drei Stück. Oder zwei Stück. Nicolait. Äh. Zum Glück haben wir es auch für Nicolait schon. Ja. Das nehmen wir uns immer mit. Ich auch. Erstens gibt es viele XP Punkte. Hm. Gibt ja viele XP Punkte Nicolait. Ja auf jeden Fall. Ich habe schon wieder 42 Level. Die müsste ich eigentlich mal. Aber da hinten ist kann er. Warte mal. Wie viel brauche ich denn dafür. Muss ich überlegen. Wie viel. Was machen wir den kleinsten. Der sollte eigentlich schicken. Oh. Reicht. Machen wir den kleinsten. Ach da kannst du ruhig ein paar mehr reinhauen. Das ist auch egal. Weil die werden wir sicher wieder brauchen. Ähm. Ja ja klar. Ich bin nur am überlegen. Wie viel ich brauche. Ich brauche auf jeden Fall. Glas brauchen wir ja keines. Wir wollen uns das ja nicht angucken. Oder? Reichen ja. Die Wände und die Ventile. Oh. Theoretisch reicht das ja. Praktisch war halt gut zu sehen welche Flüssigkeit drin ist. Aber vorerst mal dieses. Bille Balle. So dann gehen wir mal hier an den. Die dummen Schafe. Wie die mich angucken hier. Hier. Gucken mich an und. Ähm. Läh. 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 Ja da. Keinem Mensch glauben. Äh wie war das. So. Ja ja. Wie war das. Genau. Eine. Pettery Box. Haben wir jetzt auch. Haben wir keinen. Wir haben eine. Ja, ja, ja. Mein Internet war heute auch mal wieder ganz toll. Ich hoffe, das kommt hier zwischendurch. Falls es zwischendurch mal so zu kleinen Abbrüchen kommt, dass ihr Adcrafter nicht hört oder vielleicht ich bei Adcrafter nicht gehört werde, dann liegt das an meinem Internet, weil das zwischendurch einfach mal sagt, äh, äh, weißt du was? Keine Lust? Äh, hast du lecker meinen Arsch, ich keine Lust heute. So. Und, äh, ja. Genau, so ungefähr. So ungefähr. Stil haben wir das noch. So, äh, den Tank hatte ich auch fertig. Was? Was hast du denn? Was hast du denn jetzt schon gemacht? Ne, also was du gemacht hast? Ich bin nur noch Aquarius, dann habe ich fertig. Ich habe fertig. Ich habe fertig. Ich habe, äh, warte. Könnte ich was kurz gebrauchen? Was brauchen wir denn noch? Jetzt kann man überlegen, was wir als Vorbereitung brauchen noch. Naja, wir können ein bisschen... Wir dürfen ja nicht zu viel, äh, vorbereiten, sonst ist das Geheim-Break in der ersten Folge schon kein Geheim-Break mehr. Naja, was wir aber brauchen werden, ist auf alle Fälle mal ein Computer. Oder mehrere. Ja, gut, ja, ja, klar. Weil wir wollen ja mit Computerkäften arbeiten. Warum ja auch, dass du da bist. Aber Advanced, oder? Ja, ja, klar. Advanced Computer, Monitore, RedBauer-Kabeln, alle Farben kannst du mal durchchecken. Gut, dann mache ich jetzt erst mal Advanced Computer. Zu jedem Computer. Aber was sagt die Zeit? Die sagt, gute Frage. Hallo, Zeit. Hallo, 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 hallo. Warte mal, was sagt die Zeit? Neun Minuten noch. Ach, da kriege ich doch noch, kriege ich doch noch ein bisschen was hin. Da kriege ich noch ein bisschen was hin, Leute. Ein bisschen, ja. Das schaffe ich. Ich bin, ich bin da, 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 nicht ganz so. Ich schaffe das. Äh, das, das. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, Stein und Sinn. Weiß ich, dass du durcheinander bist. Ja, ist ganz aufgeregt hier. Weil ich immer aufpassen muss, was ich sage, damit ich nicht verrate. Ja, ja, ich bin da, wie viele Computer soll ich denn eigentlich machen? Ich hätte jetzt fast acht Stück gemacht. Äh, drei. Mindestens. Ey, 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 wir sind einfach Pros. Weißt du warum? Weißt du echt warum? Ne. Ich habe gerade drei Stück gemacht und hatte die noch mit der Maus über dem Feld und habe dann aufgehört und habe dich gefragt und du sagst, drei Stück? Ja, drei Stück? Das muss ja auch sein, oder? Weißt du, das ist, ey. Das macht mich so stolz. Du machst mich so stolz. Das macht mich so stolz. Wie viele Bildschirme? Warte mal. Sechs Pro. Sechs Pro. Sechs Pro. Sechs Pro. Sechs bis achtzehn Stück brauchen wir. Jetzt haben wir zwanzig. Siehst du gut. Äh, so. Was brauchen wir denn noch für eine Kacke? Oh, die Kabels. Die Kabels. Wire. Ah, da brauchen wir dieses White Isolated, Orange Isolated. Oder brauchen wir diese, welche brauchen wir da? Ja, diese Farben einfach da. Da brauchen wir öffnen wir Wolle. Ja, dann gehe ich wieder in die Schafschere. So schwarze? Hätten wir schon mal. Ach ne, da brauchen wir auch immer Red Alloy Ingott. Also können wir mal Iron, ne, Copper und Redstone da unten rein donnern. Ah. Und dann brauchen wir auch noch diese Bandit-Kabel. Das, also wir brauchen unbedingt mehr Schafe. Ja, ja, ja. So, ich habe meine... Aber dann müssen wir uns woanders hinstellen, weil sonst haue ich die alle ganz flippig total aus. Was habe ich denn da aufgeschrieben? Blue Alloy? Ach so, das Kabel habe ich noch nicht. Blue Alloy Kabel. Aber das musst du eh jetzt, oder? Ähm, ne, ich mache Red Alloy. Ja, ich brauche Blue Alloy und Wolle brauche ich. Okay, dann mache ich hier Blue Alloy. Was ist denn das, Rill? Ne, Blue Alloy. Ach, du brauchst das Blue Alloy Wire, gell? Genau, ja, mache ich schon. Ach so, weil ich mache nämlich gerade hier das Red Alloy. Ne, ich brauche Blue. Und Bundle-Kabel brauchen wir da auch, gell? Ja, da braucht es. Also es ist halt etwas Wollelastig. Welches soll ich denn machen? Einfach normales Bundle-Kabel, gell? Ist ja egal, oder? Ja, normales reicht. Also, White Isolated Wire und Strings. Genau, oder andere Farben, ist ja egal. Bei Blue Lab. Also, ja, also müssen wir eh erst mal dieses normale Wire-Zeug da machen. Genau. Jede Menge davon. Wie ist das, die Latze ist halt ja auch reich, oder? Warte mal, ich gehe mal. Oh, jetzt bin ich doch stark an der Treppe vorbeigelaufen hier. Du wolltest. Wolle, wolle. Wolle, wolle, wolle. Brauchen wir halt jede Menge, ne? Brauchen wir halt die Sch... ...Gell, ne? Wohl erst mal ein bisschen Wolle. Ich würde sagen, wir tun die Viecher dann auch mal irgendwie hier neben dem Haus weg, weil... Ja, das nervt vollkommen, ne? Ich gehe mir voll auf den Geist. Also, jetzt haben wir nur eine schwarze Wolle, ne? Da wäre aber weiße, wir haben einfach... Ja. Ja, dann lass doch Knochen, warte, ich hole schnell Knochen. Ja, machen wir mal zuerst schwarze, dass wir schwarze Kabeln haben. Brauchst du immer die Wolle-Farben für die Kabel, die wir jetzt vorhören. Zack. Hey. Wie kacke die aussehen ohne... ohne hier ein schwarzes Kleid. Ah, ha, ha, ihr seid alle nackig. Voll nackig, ey. Ich bin ja. Aha. Kannst du... Glück nix machen. Dahinten ist schon wieder ein schwarzes... Blackbeauty... 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 Herr... Brauch wohl... Wir brauchen mehr... Wir brauchen mehr Viecher, wir brauchen mehr Schafe, Mann. No. Ich glaube, mal ein wenig verpaaren. Können sie ja dann irgendwie rauslocken. Äh, auch jetzt tun Energiezelle. Kommt hier weg. Ah, guck mal, da kommen sie hier. Da kommen sie an. Du kriegst was und du. Du und du. Ja, du willst auch mal hier. Haben wir hier irgendwo Flachsie? Hallo. Ah, das geht ja nicht. Hallo. Ja. Du und du. Wie kann man noch Wolle machen? Ha. Haben wir schon mal ein paar mehr Schafe hier. Strenks. Außer Bett. Können wir das Bett einfach... Flüssige Wolle gibt's mittlerweile auch schon. Was? Ja, durch diesen Mod, weißt du... Liquid Metals. Kannst auch Wolle flüssig machen. Aus dem Bett kriegen wir Wolle. Ja, oder Flachsie. Und White Dye. Oh, Flachsie ist ein Dumbo. Da müsste LWC runter. Ja, und Flachsie müsste erst mal wachsen. Naja, stimmt auch. Ja, aber wir haben ja dann auch Zeit offline ein bisschen Wolle zu farmen. Ja, Wolle farmen ist, wie ihr seht, nicht ganz so interessant. Aber ich denke mal, ich werde dann auch offline einfach die Schafe mal nach hier hinten verlegen. So, hier, die bekommen alle noch hier ihr eigenes Reich. Das werden wir auch noch machen. Das ist auch noch im Projekt irgendwann. Also, dann, danach. Aber bevor erst mal hier hinten einfach ein Ding machen, damit die uns da folgen... Weil die gehen mir echt richtig auf den Zeiger. Aber richtig... Vielleicht können wir dann gleich offline machen, dann später. Ja. Weil die nerven mich echt so... Gott, dein Profil. Ich lieg schon abends im Bett. Ich lieg abends im Bett und... NÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ganska Sei frohe dass deine Frau die Let's Plays nicht schaut Das weißt du da nicht? Ja ja die ist live dabei Sei dit Hallo Frau Klopapier Kart Himmelend Okey Gegen Olá Kann ich mal aufwenden zu mähen ich hab mir leid sich an ich schlafe 21 Blackwool haben wir schon aber das ist echt ganz schön langsam guck nicht so du hallo und du weise oh ja das glas kaputt wenn du so weitermachst kenn ich nix kenn ich überhaupt nix einmal denken dass das alles fertig wird jo den bauen wir dann auch schon mal aus genau dann kann man immer befüllen mit nem Aquaeus Akkumulator aber ja das seht ja alles in der nächsten Folge die Hintergründe und alles und bla und blie und blopp deshalb warum weil so viel wollen wir ja noch nicht verraten ja jetzt habe ich schon eine restliche Zeit mit Wolle Scheren verbracht und wurden konjunktiv bei uns auch ein schönes äh wenn es Ende einer Folge darf ich wollte jetzt irgendwas machen aber ich weiß nicht mehr was genau auch hier gibt's hier gibt's Wolle 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 äh z in ils Alt und Es wana so ID quasi Med comprar 120 careless Stramat ab karbetämpft Feuer wir aus unseren normalen solarpanel haben wir normale advanced solarpanel gemacht wir haben euch ja gezeigt unseren metafabrikator den haben wir immer schön laufen lassen da steht er das gute stück natürlich 32 uhr weil mehr schaffen wir nicht 32 uhr wetbox so wie sich das gehört weil mehr schaffen wir eh nicht aber mehr wollen wir auch nicht das kann ja langsam gehen das ist ja nicht schlimm und dann sammeln wir jetzt für eine hybrid solarzelle die advanced solarzellen wir hatten ja erst die ganz normalen hat sich alles ein bisschen im crafting rezept geändert hier zeige ich euch das gerade mal brauchen wir ein bisschen hier einem reinforced glas und das brauchen wir jetzt dafür alles krägte ich habe es euch eben gesagt aber verratet es nicht addcrafter ist super also krägte ist wirklich gut also aber auch vor sein der mod und ja da brauchen wir eben hier dieses diese sonarium part das ist eben das warum wir warten müssen und bei you meter heißt ungefähr zweieinhalb tage oder zwei tage je nachdem wie lange wir anleihen sind ja gut klar es kommt aber an wenn man natürlich mal wieder ein bisschen länger online sind dann geht es schneller und daneben wie das iridium das findet man ja jetzt hier in der erde auch durch krägte ich eben aber selten aber man findet es mal aber immerhin ja ach so jetzt habe ich schon wieder ganz vergessen was ich hier machen wollte du würdest futzen nein ja das auch aber das mache ich dann offline aber ich würde sagen dann das was für die folge ja wir werden schauen dass wir offline noch jede menge wolle bekommen ja und war sie ja wolle wolle und war ja genau das einfach schon mal vor kräften und fertig weil das ist nicht so interessant gut und wir sagen das war's und wir sehen uns in der nächsten folge genau bis denn dann bei den nächsten geheimprojekt voll genau dann starten wir los du voll durch mit mysteriö also tschau leute bis dann bei